Hallo, ich bin's wieder, Berni, der Biogas-Blogger und ich stelle noch weiterhin ein paar Fragen. Was ist das da vorne für ein Bildschirm? Da kontrolliere ich die Maschine quasi drüber und wie die arbeitet. Zum einen die Höhenführung vom Schneidwerk, Trockensubstanz kann ich messen, dann zeigt er mir den Tankinhalt an, die Hexelänge, Drehzahl, wie viel Hektar ich mache, wie viel Hektar ich schaffe, wie viel Tonnen der Mais gerade bringt. Das kann ich da alles ablesen. Und was ist da vorne in dem Tank, der da unten ist? Der weiße hier, da ist Siliermittel drin. Da um die Ecke und hinter mir ist dann so eine kleine Pumpe. Und das wird dann, so wie der Mais gehäckselt wird, in der Piepe oben zudosiert und dass der Mais dann vernünftig durchsilieren kann. So wird er ja auch haltbar gemacht. Okay. Wieso trägt er heute alle Krawatten? Das haben wir auf einer Schnapsidee entstanden. Da haben wir gesagt, wenn Sonntag ist, dann tragen wir alle Krawatte. Okay. Und wer das nicht macht, muss eine Kiste Bier geben. Okay. Okay. Okay.